Wenn du mit deinem Smartphone Videos drehst und das Maximum im Schnitt rausholen willst, solltest du dein Footage auf einen Computer übertragen und da schneiden. Aber diese Übertragung kann ganz schön knifflig sein. Im schlimmsten Fall leidet die Qualität und die Übertragung kostet unnötig viel Zeit. In diesem Video zeige ich dir, wie du Videos schnell, einfach und in bester Qualität zwischen deinem Smartphone und einem Computer übertragen kannst. Los geht's! Mein Name ist Alexander, ich bin Filmemacher und Gründer der Videoagentur MindNapt. Auf unserem Kanal bekommst du regelmäßig Tipps zum Thema Filmproduktion und Videomarketing. Wenn dir dieses Video also gefällt, lass uns gerne ein Like und ein Abo da. Es gibt viele Gründe, warum du Videos zum Schnitt auf deinen Computer übertragen willst. Ein größerer Monitor, präzisere Eingabemöglichkeiten mit Tastatur und Maus und viel bessere professionelle Software zum Beispiel. Auf jeden Fall geht es aber darum, mehr mit deinem Material zu machen, als auf dem Smartphone möglich ist. Und deshalb ist es besonders wichtig, auf die Qualität zu achten. Die gute Nachricht, die Datenübertragung zwischen Smartphones und PC hat sich in den letzten Jahren stark vereinfacht. Dank Cloud-Diensten, drahtlosen Verbindungen und Apps ist es längst möglich, schnell und unkompliziert Videos und andere große Dateien zu übertragen. Und trotzdem nutzen immer noch Leute für Fotos und Videos Messenger-Dienste wie WhatsApp, was nicht empfehlenswert ist, weil die Daten dabei stark komprimiert werden und so an Qualität verlieren. Wenn du also die volle Auflösung und Detailtreue behalten willst, habe ich in diesem Video einige Tipps für dich. Ich zeige dir sowohl Möglichkeiten für Android als auch für iPhone und für Windows, aber eben auch für Mac. Es ist also wichtig, dass du darauf achtest, welches System du nutzt. Zum besseren Verständnis blenden wir immer entsprechende Icons ein, die dir anzeigen, worum es gerade geht. Ein USB-Kabel ist die naheliegendste Methode zur Verbindung von Smartphones und Computern. Im Prinzip stellst du einfach eine Kabelverbindung her und kannst so auf den internen Speicher des Geräts zugreifen. In der Praxis kann das aber ziemlich hakelig sein. Wenn du dein Smartphone an einen Windows-PC anschließen willst, musst du sowohl bei iPhones als auch bei Android bestätigen, dass der angeschlossene Computer als vertrauenswürdig akzeptiert wird. Beim iPhone musst du dazu Vertrauen auswählen und deinen Code eingeben. Bei Android wählst du in den USB-Einstellungen Übertragen von Dateien aus. Erst nach dieser Bestätigung kannst du, wie bei einem USB-Stick, auf den internen Ordner zugreifen und Dateien einfach übertragen. Unter Android kannst du auch umgekehrt Dateien vom PC auf dein Smartphone kopieren, was zum Beispiel nützlich sein kann, wenn du beispielsweise ein Reel veröffentlichen möchtest, was du am PC geschnitten hast. Für iPhone-Nutzer ist das leider etwas komplizierter, aber nicht unmöglich. Schreib uns in die Kommentare, wenn du ein Video dazu sehen möchtest. Wenn du Daten zwischen einem Android-Smartphone und einem Mac mit einem Kabel übertragen willst, geht das nur mit Hilfe einer App, die du auf deinem Computer installieren musst. Beliebte Lösungen dafür sind MacDroid, AirDroid oder OpenMTP. Mit MacDroid zum Beispiel wird dein Android-Smartphone nach dem Anschließen wie ein Laufwerk im Finder angezeigt. Nachdem du dem Mac jetzt erlaubt hast, Daten zu transferieren, kannst du deine Bilder oder Videos ganz einfach per Drag & Drop austauschen. Wenn du Daten von deinem iPhone per Kabel zum Mac transferieren möchtest, brauchst du dazu die vorinstallierte App Fotos. Nachdem dein iPhone korrekt mit dem Mac verbunden ist, kannst du jetzt ausgewählte Bilder übertragen. Wenn du dich fragst, wie du damit dann weiterarbeiten kannst, schau mal in der Bibliothek, die dir da angelegt ist, einfach nach den Dateien, also Bildern oder Videos, die du verwenden willst und zieh sie von daraus auf den Mac, um sie dann zu benutzen. Deutlich praktischer im Alltag ist in der Apple-Welt die AirDrop-Funktion, mit der du drahtlos Dateien zwischen iPhone und Mac übertragen kannst. Dabei ist keine Internetverbindung nötig und die Übertragung erfolgt lokal und verschlüsselt. Markiere einfach die Dateien auf deinem iPhone, tipp auf Teilen und wähle das Zielgerät aus. Die Übertragung startet nach Annahme durch den Empfänger, automatisch und geht in der Regel ratzfatz. Cloud-Dienste bieten eine praktische Möglichkeit, deine Videos online zu speichern und von überall aus darauf zuzugreifen. Du kannst deine Aufnahmen schnell sichern, bearbeiten und mit anderen Leuten teilen, ohne dir zu viele Gedanken über den Speicherplatz auf deinem Gerät selber machen zu müssen. Wenn du Cloud-Dienste nutzen willst, um Daten vom Smartphone auf den Rechner zu bekommen, wirst du fast immer einen bezahlten Service nutzen müssen, denn du brauchst viel Speicherplatz. Dropbox als ältester Service hat in der kostenlosen Version zum Beispiel nur 2 GB Speicherplatz verfügbar. Wenn du aber ein Abo abschließt, viel mit dem Handy drehst und häufig am Rechner schneiden willst, ist die automatische Kamera-Upload-Funktion ziemlich praktisch. Denn hier werden alle Aufnahmen, die du machst, direkt zu Dropbox hochgeladen und stehen dir unmittelbar am Rechner im Browser zur Verfügung. Und das unabhängig davon, ob du Android oder iPhone, Windows oder Mac verwendest. iCloud hingegen ist besonders für Apple-Nutzer eine attraktive Option, denn iCloud ist erstens schon vorinstalliert und integriert sich zweitens sehr gut in das Apple-Ökosystem. Ähnlich wie bei Dropbox kannst du Fotos und Videos automatisch hochladen lassen. Wenn du außerdem Speicher optimieren auswählst, wird der Speicherplatz auf dem iPhone dann auch automatisch wieder freigegeben, sprich die Dateien werden auf dem Gerät gelöscht, sind aber weiterhin in der Cloud verfügbar. iCloud kannst du zwar auch auf Android nutzen, die beste User-Experience hast du aber definitiv auf Apple-Geräten. Ein kostenloser Account hat 5 GB Speicherplatz, für 99 Cent pro Monat gibt es aktuell 50 GB, für 9,99 Euro pro Monat 2 TB. Auch Google Drive ermöglicht es dir, Daten zu speichern, zu teilen und von verschiedenen Geräten aus darauf zuzugreifen. In einem kostenlosen Google-Account erhältst du 15 GB, die du allerdings auch mit Gmail und anderen Diensten teilen musst. Mit einem Abo kannst du deinen Online-Speicher auf bis zu 2 TB erhöhen. Ein großer Vorteil bei Google ist die Integration mit anderen Diensten wie Gmail, Google Docs und Google Fotos. Der automatische Upload ist aber leider nur bei Google Fotos möglich. Wie bei iCloud und Dropbox können hier Fotos und Videos automatisch von deinem Handy in die Cloud geladen und ebenso automatisch vom Smartphone gelöscht werden, um Speicherplatz freizugeben. Allerdings ist Google Fotos eine eigenständige App und du kannst hochgeladene Videos nur manuell von der Webseite herunterladen. Eine Integration im Finder oder Explorer gibt es nicht. Wenn es dir nur oder in erster Linie um die Bereitstellung von Fotos und Videos am Rechner geht, ist iCloud für Apple-User die bequemste Lösung. Alle anderen sollten sich Dropbox anschauen. Google Drive ist eine gute Option, wenn du auch die anderen Services von Google nutzt. Ansonsten ist der eingeschränkte automatische Upload im Alltag ein deutlicher Nachteil. Datenübertragungsdienste oder File-Transfer-Services wie WeTransfer, TransferNow und SendAnywhere sind darauf spezialisiert, Benutzern einfaches und schnelles Senden großer Dateien zu ermöglichen. Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Cloud-Diensten stehen deine Dateien aber nur für eine bestimmte Zeit zum Download bereit. Danach werden sie automatisch gelöscht. Für diese Plattform gibt es zwar Apps für alle aktuellen Modelle von Smartphones, du kannst sie aber auch über eine Webseite aufrufen und bist in jedem Fall völlig unabhängig von den Gerätehersteller. Du kannst sie also zum Beispiel dazu nutzen, Fotos oder Videos schnell zwischen einzelnen Geräten zu übertragen. In der kostenlosen Variante gibt es aber deutliche Speicherplatzbegrenzungen. Bei WeTransfer liegt das Limit zum Beispiel bei 2 GB, TransferNow bietet 5 GB und SendAnywhere 10 GB pro Link, ohne dass du dafür Geld bezahlen musst. Auch hier gilt, möchtest du mehr Speicher, kommst du um ein kostenpflichtiges Abo nicht herum. Wenn du von vornherein planst, Videos mit deinem Smartphone aufzunehmen, um sie am Rechner weiterzuarbeiten, ist die bequemste und schnellste Art, direkt auf einer externen Festplatte aufzunehmen, die du per USB-C an dein Telefon anschließt. Wenn du die Platte jetzt abziehst und am Rechner anschließt, kannst du die Daten direkt kopieren. Die verschiedenen Möglichkeiten, Daten zwischen Smartphones und Rechnern zu verschieben, haben alle ihre Vor- und Nachteile. Wenn es besonders schnell gehen soll, geht nichts über eine direkte Verbindung per USB-Kabel, AirDrop oder mit einer externen Festplatte. Dafür musst du aber erstmal alles einrichten und die Arbeit am Telefon unterbrechen. Cloud-Dienste wie iCloud, Google Drive und Dropbox bieten viel Flexibilität, sind aber kostenpflichtig, brauchen Internet und nicht jeder möchte seine Daten in die Cloud hochladen. Außerdem gibt es eine gewisse Verzögerung, da ja alles erstmal hoch- und dann wieder runtergeladen werden muss. Datenübertragungsdienste wie WeTransfer, TransferNow oder SendAnywhere sind eher speziell, da der Versand einer großen Anzahl von Clips zumindest vom Smartphone aus eher umständlich ist. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie du mit deinem Smartphone professionelle und bessere Videos drehen kannst, schau dir unbedingt unser nächstes Video an. Dort geben wir dir praktische Tipps, um das Beste aus deiner Handykamera herauszuholen und auch hier haben wir darauf geachtet, dass wir nicht herstellerabhängig sind, sondern dass die Tipps, die wir da geben, für jede Art von Smartphone anwendbar sind. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei MindMap. Mit Videos mehr erreichen.